so und da kommen wir auch direkt wieder zurück weiter im gameplay würde ich mal sagen gerade eben habe ich das wieder aufgenommen wo ich das erklärt habe vielleicht werde ich das so noch mal ein video machen wo ich noch mal mit diesem portals übernehmen und so weiter eingehe mach gut so das soll sich aber hier nicht weiter interessieren nein nicht mehr da waren wir na dann let's walk ich will aber hier rein nein nein man hat nur gesagt sie sollen nicht gruppen folgen lol scheitert das war doch Jetzt kommt es noch. Einer ist der Knie. Ach, Knie. Halt das. Dankeschön! Dankeschön! Oh! Was macht die hier? Was macht die hier alle? Sind die jetzt gerade mal lebt oder was? Lass mich in Ruhe! Lass mich alle in Ruhe! Gott! Autsch! 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 Digga! Ist denn hier los? Wie darf es jetzt? Alle weg! Oh komm! Jetzt ist er warm! Hä? Was ist denn los? Ähm... Für alle die sind interessiert, ich hatte gerade meine Hand und eine Taste nach rechts verschoben auf der Fall zu liegen. Das heißt also, ich habe politisch von die Taste drückt. Tja! Quartalverduch! Nein, nein, nein! Ich will das nicht! Äh, ich will das nicht! Ich brauche jetzt noch eine gute Waffe! Nimm ich die? Ja komm Bullshit! Hallo, hallo! Ich bin hier! Oh nein! Ich bin hier! Oh nein! Ich bin hier! Guter Start. So. Beisern. Oh. Fertig. 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 Waaah. Was macht denn hier? Nein. 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 Bitte. Bitte gehen sie weg. Bitte. Warum die Tonne? Was hat ihr die Tonne getan? Dankeschön. Holy moly. Gut. Danke. 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 Wird das jetzt mal ab? Ist da oben auch noch was? Hä? Scheiße. Kommt du mehr? Äh. Äh. Ist da noch mehr oder was? Ja. Ich verliere eben ja mehr als ein. Nein. Wird so kommen. Egal. Mach's was. Maaah. Komm her. Was sucht ihr eigentlich da oben? Oh. Komm. Wann? Komm. Ich schaff's. Autsch. Hm. Ich geh noch kurz hier um drauf. Ich schaff's. Jawoll. Geh' doch. Geh'doch. Perfekt. So. Würde mal. Halt. Halt. Ey ich mach's. Perfekt. Das Ding konnte mir wir gerufen. Endlich mal zum Anfang eine mit wo man's auch aktiv nutzen kann. So, jetzt werden wir mal gehörig die Kinder passen. Na, meine Lieben, na. Erstmal als allererstes höchste Priorität hat die da auch. Ach, der da muss mal gehörig. Penequiert werden. Die da hinten auch, die können auch voll fliegen. Ach, diese ganzen, ach geil hier, diese ganzen, das macht nicht uns beeinflusst. Na nun, die Träger. Was war's? Da ist doch noch einer. Da ist doch noch einer der kurzen Generationen, den sehe ich doch. Denkst du, sehe ich nicht? Ja, denke ich sehe es auch nicht. Was gelockt, wenn du wieder gesagt? Oh, 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 mein Leben ist zu Ende. Nein, für der Fall. Für die Falle. So, weggepft. Oh, weggepft. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Ich glaube, das geht gerade ein bisschen leicht, finde ich. Ich sollte mal einen Charter suchen. Hallo, 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 hallo. Was macht ihr eigentlich da? Ich weiß doch, alle nicht mehr ganz wichtig. Oha. Auf dich habe ich ja gewartet. What the fuck? Was machst du, du Einzels? Schade, schade, schade. Oh Gott, es geht ja hier ab. Wie bei du 2016? Oha. Du hast doch, du Scheiße. Hallo. Hallo. Halli, hallo. Na, weggepft, ja, da hat er direkt im Sprung geschossen. Genau so muss das sein. Genau so muss das jetzt im Schritt laufen. Hallo. Hallo. Noch mehr da? Nein. So, das haben wir doch gut gerockt. Und das sage ich nicht nur so, das meine ich auch so. Jetzt können wir mal schön die Eierschaukeln gehen. War hier nicht gerade noch was? Hab ich hier nicht kass, was hier los? Ne, egal. Ist egal, ist alles egal. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. So, da wollte ich gar nicht. Kann man hier rein? Ich bin ja mahnend Feuer. Oh, Alter, was für ein... Digger. So könnt ihr die Bildschirme halten und zu Hause als Partybeleuchtung benutzen. Oh, hardcore, hardcore, hardcore. ich habe sogar im tag egal so weiter geht hier mit der partie auf party und rtl punkt 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 wikipedia einander da kommt sie sich so leer aufs auf einmal so jetzt nur die frage wie geht es hier weiter also wir haben keine stückkarte bekommen und wir müssen wahrscheinlich müssen wir hier auf bahn so war hier wahrscheinlich eher weniger aber da muss man wahrscheinlich wir sind auf wir haben noch 30 patronen das ist nicht nett Dankeschön. Dankeschön. Ach so, das war ja Eier fort. Ach man, die am liebsten euch die Eier zerreißen. Komm, 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 kommst du? Kommst du, 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 kommst du. Teure. icoleisch. Ich habe ja auch gelesen, man kann sich die Sachen kaufen. Jetzt müssen wir noch mal kurz gucken, welche Taste das war. Die 4 Option und Customer Case 1. Zieh gar nicht. Ach da, bei Craig. Zieh. Das hier. Jawoll. Jetzt macht das ganze auch Sinn. Das ist nämlich genau das, was wir heute jemand gekauft haben. Das hier. Dwarf Items based around player states. Ja, das ist wahrscheinlich das, dass er gerade gemerkt hat, dass ich keine Schrottplitte habe. Oder keine Muni mehr für die Schrottplitte habe. WTF? Hallo. Danke schön. Danke schön. Hampa. Hier und immer. WTF? Stopp. So. Oha, da geht es ja heiß her. Dann bleibe ich noch lieber bei der hier. Leute. Passt auf meine Tapete auf. Die habe ich gekauft für teuer Geld. Bäh. Abbruch für teuer Geld. Habe ich schon gesagt, dass teuer Geld teuer ist. Einfach mal, ihr Kreuz und Wehr. Bäh. Da und da. Schieße mal ein bisschen rum. Das lernt man sogar mit dir. Na komm mal her. Komm mal her. Okay, na du auch da. Wer zappelt denn da hinten rum? Sag mal. Ist der auf Steroide oder was? Oder? Digga, meine Reaction ist die von einem AMD Ryzen Prozessor. Äh. Ich guck mir letztens in eine Million mal um die Ecke sozusagen. Ein Megacook. Hallo. Oh. Äh. Noch ein paar. Oh. Äh. Da ist ein paar. Oh. Ach scheiße. Ich runter. Ich runter. Lass mich hoch. Ich bin Arzt. Nett. Hallo. Bist du allein? Schau mal. Ich soe mit an dich rum rum. Ich hab dich grad in die Luft gehoben. Na komm her. Kommst du. Kommst du. Was macht denn die eigentlich alle? Warum ist der da unten? Da kann doch überhaupt nicht ausrichten. Na gut. Er kann nicht schießen. So. Da kann man sich mal zuerst um den hier. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Warum sind das aber alle bei mir? Ich hab dich noch ein bisschen weiter rüber. Ey. Versuch mal ganz kurz da rauf zu kommen. Nein. Das klappt natürlich nicht. Boah. Alter. Ich geh gar nicht so hoch. Komm. 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 Du. Oha. Das war du. Komm. 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 Ja. auder. Du musst das ein. Ja wow. Nein! Was? Was für ein schöner Tag hier lang zu spazieren! Was ein Scheiß! Ich hab mich gespeichert! Jetzt werde ich vergewaltigt! Ach du kacke! Na gut! Oh, jetzt mal hier rein! Wird ja mal aufgeräumt mit dem Fahrrad! Ich hab's nicht mehr aufgeräumt! 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 So! Wir schießen da oben noch! Leute! Das ist illegal! Ich hab's nicht mehr aufgeräumt! 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 Ich krieg mich gar nicht! Na gut! Hä? Ich laufe in der Luft? Bin ich denn behindert? Egal! Du gehst jetzt mal weg! Du gehst jetzt mal weg, hab ich gesagt! Du! Gest jetzt mal weg, hab ich gesagt! Ja, okay! Ja, verstehe! Oh! Da wollte ich grad gar nicht! Ich wollte ja nicht mehr aufgeräumt! Du! Ich dachte, ich wär weniger! Wie kannst du mich so verarschen? Ich hab's dir vertraut, du kleine! Kleine! Oh! Du kleine! War nicht! War nicht! Der Volk ist irgendwo aufgrund von Übutschutzverletzungen umgestrichen! Seht ihr da ja weg? Digga! Ich bin auf dem Sound! Oder? Oh! Da kann ich noch nicht rüber! Ist ja voll Bullshit! So! Jetzt sollten alle weg sein! Ich geh mal hoch! Gucken, ob's oben noch Popcorn gibt's! Dankeschön! 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 Da komm ich! Klick! Doch endlich! Eigentlich bin ich endlich! Ich bin noch so wenig lang! Ich brauche ein Safe Room! Ich brauche ein Safe Room! Das muss ich gleich an! Schnell! Hä? Was ist denn da auch ein kleines Lichter? Klapp jetzt! So! Ich betrachte... Dankeschön! Ich betrachte das hier jetzt einfach mal offiziell als... ...offizieller... ...ich mal noch in der Ecke hinten so... ...offizieller Safe Room! Okay! Danke für die Aufmerksamkeit... ...die man mir... ...felsicherweise geschenkt hat! Ich hätte noch drauf müssen! Oh nein! 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 Ach, passt doch! So! Da muss ich... Nein! 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 Kommst du Papi! Kommst du Papi! Geht doch! Nein! Mann! Ja! Halleluja! Da fühlst man gläubig! Das glaubst du dir immer nicht! Nein! Da ist doch einer! Huch! Habe ich schon aus dem Augenblick gesehen! Du Gott! Und ich lass mich auch natürlich abschießen! Na komm! Komm! Äh! Na komm hier! Da kommst du! Kommst! Papi! Mhm! Bist du denn daaa? Rustom! 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 Habe ich schon gesehen! Aber waren die nicht zwei? Ich hätte doch zwei gesehen! Halt doch mal deine Treppe! Ich bin ja bei einer Badablaun! Danke für das! Vorhin waren die zwei oder? Ich bin doch nicht blöd! Ich meine, doch bin ich aber... Ich... Halluziniere doch nicht! Eigentlich kann man doch das hier auch als Safe-Home betrachten! Aber hier kommt ja feiner hin! Das heißt also, ich gebe jetzt einfach mal hier die Ecke! Hier bin ich ganz viel mit alleine! Und... Sprecher! So! Bam! Hä? Falsche Tastung! Das da wollte ich! Das da wollte ich! Und... Das da ist ein bisschen von vorne! Beziehungsmord! Hallo? Meine Frage! Äh... Mal diese Sachen hier wegstehen! Äh... Boah! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Das gibt's doch gar nicht! Lampen sollen Erleuchtung bringen und nicht den Tod! Äh... Okay... Was war... Äh... Was war nochmal mit Tod? Ich glaube, ich bin gleich tot! Ich muss hier erstmal alles... Oh Gott! Jetzt reicht's mir! Aber jetzt ist Feierabend! Hallo? Ja, das ist gut! Ja! Jetzt gibt's Kriegs! Jetzt gibt's Erik auf die Möser! Mit der Öser! Die hat runtergesprungen! Oh oh! Ich bin am Arsch! Du kleine Ratte du! Ja, mit deinem! Ähm... Ja! Und... Dankeschön! Dankeschön! Wo bin ich hier gelandet? Wuppfiller! Digga! Lachen! Ich hätte laufen! Ehhh... Dankeschön! Äh... Äh... Dankeschön! Danke! Dankeschön! Perfekt! Oh! Oh! Wenn man russer kann, regeneriert man sich! Ach nee! Quatsch! Das war ja durch die Ärzte! Stimmt ja! Wenn man diese blaue Kugel hat! Deswegen habe ich jetzt auf diesen blauen Rand! Dann regeneriert man sich ja auch! Gleichzeitig! Automatisch! Voll digital! Ist da einer? Da ist einer! Da ist einer! Da ist sowas von einer! Na komm! 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 Du! Kebappi! What the! Jeder Moment, wenn man nach oben schaut und direkt sein Verderben sieht! Alter, da ist auch noch ein Imp da mit bei! Ja! Da ist noch ein Imp da oben! ich bin doch nicht bescheuert aber hab doch studiert du kommst weg jetzt wird hier raketisiert und raketisiert und raketen ist das ja heute helfen nicht weg gesprungen ist der nicht weg gelaufen ist der nicht was so ein feck was du nicht so denn warum ist der rot jetzt da oben dann mal bisschen frauentausch oder was ich glaube ich werde nicht mehr das ist so trottler wird mich direkt abschießen oder so fein ist gut da wollen wir es nutzen und das war action digger wo das war richtig schadenreif okay der nächste der nächste wo ist der nächste kommt kompokom kompokom doch auf springen was macht er denn da die gar da gibt es keine also das ist schon traurig jemand der so mit seinem leben enden möchte der leben so beenden möchte der kann einem leid tun diese unerfüllte liebe ich mein schaut mal was er sich angeguckt hat das pure nichts ein mensch der 24 stunden das sieht der muss doch kürre sein du Arsch so nichtsdestotrotz müssen wir weiter wir haben jetzt die blaue karte haben wir jetzt okay blaue karte blaue karte erstmal suchen wir uns mal einen save room und safen mal bevor wir hier noch weggesaved werden okay haben wir wir haben bloß noch ein fünftel der gegner übrig okay das klingt doch schon mal spaßig ähm uah man sollte nicht in giftige fässer springen so was macht man nicht ähm drei ja doch kann ich ja mal mitnehmen was macht ihr immer nur drei ja leckst man doch die Eier da gibt's doch gar nicht da hat er meine frau noch nicht mit geredet so ähm Schussländer haben wir den haben wir eher weniger dann nehmen wir mal die hier dann spaltern wir mal und hier ist eigentlich ein schöner Post wo man sich verstecken kann guck mal der war okay ich kann hier nicht weglaufen doch bitte hä so kann ich nicht laufen ich kann eher jetzt laufen wo können ich nicht erklären ist das behindert wer finden so eine Spiele wirhst du noch jemand oh zwei weiße mh das ist der weiße Riese mh warum hüpft ihr da rum genau einfach mal schießen god damn it damn it oh oh äh hier ist vor einer Oha, da ist auch noch einer, auch du Schalter, mach ich nicht wieder. Was tue ich denn? Bin ich denn der Wahnsinn? Ich mach mich hier schon la gaga. Wow. Meine gesamte Rüstung ist einfach weg. Hier ist ein Schalter. So, das ist aber schon der Teilraum, das heißt, bevor ich diesen Schalter-Tonkel direkt ins Verdamm stürze, speichere ich erstmal. Es hat sich genau nichts getan. Oh, doch. Ah, ja, ja, diese Balken hier. Jawolle. Gut. Dann werde ich aber hier nochmal in welche Waffe sein, egal, speichern. Hieronimo! Los! Leid! Du! Arsch! Rüchte! Die! Kacken! Hieronimo! Äh, das war grad dumm. Wo bin ich hier jetzt? Kackenboot! Okay... Wieht schon mal interessant aus. Hier ist gar nichts! Ich hab irgendwie Angst, diese Tür zu öffnen. Oh, hier ist grad eine Tür. Hä? Ah, die Gelübdesigner. Wer findet denn so ein Schmarrn? Ich glaube, hier war ich doch bereits. Hä? Okay. Okay. Also, wir haben die blaue Karte. Hier sind wir jetzt hier, das stimmt. Da geht's nicht weiter. Wenn ich hier hingehe, kommen wir nur hier hin. Aber hier geht's auch nicht weiter. Hier fahren wir doch hier noch alle... Hey, warte mal. Warte mal. Da ist das. Das ist gar nicht die Stelle. Das ist was ganz anderes. Was ist denn das hier? Also, hier starten wir. Hier können wir ja ausgeschmissen. Also, geht's hier jetzt... Hier kommt ein Ding. Ach so. Da war das, wo wir gerade die ganzen Mieter hier umgebracht haben. Wo wir gerade gestorben sind auch. Genau, und das ist... Das ist das erste Haus. Vielleicht ist das ja was anderes. Aber wieso sind die hier schon alle tot? Das ist mir gerade nicht ganz geheir. Egal. Jetzt bin ich dein Ernst. Bleib mit raus. Das ist der einzige Grund. Der einzige Grund nach jahrelanger Forschung, warum ich mir die Raketenwerfer mit automatischer Zielanfassel gekauft habe. Für drei Millionen Euro, du Ruhre. Jetzt gibt's Schaschleck. Kommt zu Papi. Jetzt habe ich doch ganz schön viele Dinger angestört. Was? Ja klar, wir haben Ende des Spiels. Ach, leck mich doch. Gut. Wir suchen uns jetzt noch ein paar Raketen. Hier zum Beispiel. Hier waren ja welche, oder? Ja, perfekt. Wie viele brauchen wir noch? Boah, wir brauchen noch mal einen Blick. Das ist mir halt eine Menge. Gibt's hier noch so viele? G-lala. Gibt's hier überhaupt noch so viele? Nein. Haben die überhaupt alles? Wir haben... Ach so. Secret gab es gar keine. Es gab einfach keine Secrets. Das ist so traurig. Aha, danke schön. Danke schön. In der Lautung, wieso kein Schild gibt es? Kein bisschen Rüstung. Na gut, kommen drei Raketen für uns. Scheiß drauf. Es ist ja nicht so, dass sie witzig werden. Wir müssen welche finden können. Diga. Motorbike-Show. Ähm, so, jetzt müssen wir da wieder rüber. Ob man da wohl auch legal rüber darf? Bestimmt nicht. Ich glaub wir haben heute die Map kaputt gemacht. Hier geht's hier noch was. Ah, hier geht's einmal Läden. Mit der Mütze jetzt wäre eigentlich schonmal durch. Ah, na schonmal danach. Jetzt haben wir alle weg, sage ich schon. Jetzt haben wir alles. Oh! Und einmal Kussfunk. Das war's aber auch. Hä, wo geht der jetzt hier weiter? Hallo? Ach, vielleicht ist jetzt die andere Tür offen. Hä, dann muss man hier mal rüber. Oder kannst du die aufmachen? Ach, die kann man aufmachen. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Ich dachte, die Tür kann man gar nicht aufmachen, hätte ich gar nicht springen müssen. Aber wobei, ich springe war zumindest. Was? Ist auch noch zu. Hä? Ich bin verwirrt. Hier ist ein kleiner Schniepel. Ach. Ja gut. Das ist natürlich schon ein bisschen... Sind hier zwei? Sieht nicht aus, dass wir nach zwei wären. Äh. Äh. Ja. Und hier zum Beispiel sieht man jetzt so ein Low Polygon Modell. Was? Was glaub ich eigentlich eigentlich? Äh. Ähm. Ähm. Äh. Low Resolution. Eine Low Resolution Tektur. Und hier sieht man jetzt, dass es durch dieses... ...durch dieses Filterring... ...ultrascheiße aussieht. Aber da sollte man auch was anderes halt ziehen. Egal. Egal. So. Was wir... ...woll. Ich halte ich halt einfach kaputt. Tada. Ähm. Exit, Exit. Ah. Exit. So. Haben wir alles? Haben wir alles? Wir haben alles. Gut. Dann würde ich mal sagen... Balawai-Shabir. Quick-Safe-Gay. Ja. Und einmal... In Navara. Bye-bye. Bye-bye.